Hallo ihr Lieben, so ich habe mich mal hier positioniert, ihr bekommt jetzt einen XXL Haul vom Rossmann, vom DM, vom Rewe und vom Action. Ich habe Schweinegeld ausgegeben, ich glaube, knapp 200 Euro oder so, so kommt es mir auf jeden Fall vor. Allein der Rossmann hat 100, 103,78 eigentlich gekostet, gut dass ich 10% gehabt habe, dann habe ich nur 93,40 gespart, eigentlich bezahlt, aber ohne Scheiß, der Haul wird riesig, holt euch einen Kaffee, holt euch was zum Trinken und wir legen jetzt einfach mal los. Genau, ist ein bisschen bunt gemischt jetzt, deswegen fange ich jetzt einfach an. Vom Rewe kam eine Gurke mit, die hat 49 Cent gekostet und Tomaten habe ich auch mitgenommen, weil die waren für 89 Cent. Die Wurst, die feiert mein Mann total gern, die mag er total gern, vom Geschmack her ist das voll lecker, es ist nicht wie so normale Leona oder sowas, sondern einzigartig lecker, 89 Cent. So, jetzt wird wirklich bunt gemischt, ihr Lieben. Ich sage aber immer dazu, wenn es woher ist, wenn ich wieder anfange. Jetzt ist es nämlich hier DM, da habe ich so Milchportionierer mitgenommen, der hat 2,95 kostet, einfach für unsere Flugreise, damit ich das Milchpulver hier reinmachen kann. Ja, ne, witzig. Also, ich habe, Amelie trinkt jetzt irgendwann bestimmt bald keine Milch mehr und jetzt fange ich an, so einen Milchportionierer zu kaufen. Vorher sind wir auch immer ohne Klage gekommen. Wir hatten einen, also ich muss zugeben, wir hatten ein, so ein Teil haben wir, aber, ja, reicht irgendwie nicht für den Flug, deswegen habe ich jetzt den gekauft. Passt super in die Tasche und dann passt. 2,95 habe ich dafür ausgegeben. Da kann man ja so ein Papier gleich mal wegnehmen. Ah, dann habe ich Nagerfutter beim Rewe noch mitgenommen. Das war auch der Grund, warum ich eigentlich zum Rewe bin, weil da kostet es 1,39 Euro. Überall anders liegen wir ja schon bei 2 Euro. Das ist echt teuer, was Hasenfutter mittlerweile kostet. Das ist einfach nur Trockenfutter, wobei die im Sommer eh viel weniger Trockenfutter essen. Die essen dann eher Löwenzahn und Salat und sowas. Das wird halt dann gepflückt von uns. Ich habe noch so eine Stange auch noch mitgenommen, 1,05 Euro. Das essen wir auch ab und zu ganz gerne. Beim DM gab es auch noch was für die Hasen von 95 Cent. Solche Kringel. Einfach wieder ganz viel mit, weil, wenn wir nicht da sind, dann ist ja meine Mama hier und passt auf alles hier auf, aufs Haus und auf die Hasen und damit die das nicht kaufen muss, eben, dass da einfach genug da ist. Knabberstängchen auch für 1,05 Euro, glaube ich. Bin mir gar nicht ganz sicher. Boah, Leute. Ohne Scheiß. Wenn ihr dieses Stink mit Spülbalsam beim DM seht, nehmt ihr es mit. Das riecht so unfassbar gut und reinigen tut es natürlich auch, aber ich glaube, das sind alle Spülmittel ziemlich ähnlich. Aber das riecht so, so geil. Das musste ich gleich kaufen, wenn ich das gesehen habe. Das war auch so riesengroß aufgebaut. Konnte ich fast nicht übersehen. Und eigentlich habe ich, werdet ihr gleich sehen, beim Rossmann ganz viel Sonnencreme und so mitgenommen. Und ich habe dann auch so ein bisschen verglichen. Und ich habe übrigens auch live mitgefilmt im Rossmann und im BM. Schon krass. Also teilweise ist DM günstiger und Rossmann hat aber die 10%. Also das ist immer sehr, sehr schwierig. Das hier hat jetzt 4, warte mal, 4, warte mal, was war das jetzt? Das ist immer so schwierig von diesen Sachen. Was sagen denn es hier? 4,25 hier kostet und hatte so ein Kartenspiel noch dabei. Und das fand ich so cool. Ich wollte das eigentlich irgendwie nur mit dem Kartenspiel. Und Sonnencreme brauchen wir ja sowieso. Und deswegen habe ich das auch nochmal mitgenommen. 4,25, genau. Ich zeige euch aber gleich die Sachen vom DM noch. Müsst ihr aber mal gucken, ob die Milliliterzahl gleich ist, ne? Das wäre jetzt doch nochmal interessant. Das sind 200 Milliliter auf jeden Fall drin. Das kommt mir irgendwie leichter vor. Aber wir schauen mal gleich beim DM. Beste ever, habe ich für den Urlaub mitgenommen, ist das Duschgel Aftersun. Befreit Sonnencreme, Rückstände, entfernt Rückstände von Klo und Salzwasser. Aber es riecht so um... Boah, ist das dreckig. Wo lag denn das? Es riecht so unfassbar gut. Also wenn ihr das seht, das habe ich auch so, wenn ich jetzt nicht im Urlaub bin, gerade auch in meiner Dusche stehen. Es riecht einfach... Kennt ihr diesen Geruch nach Sonnencreme? Und so riecht es einfach richtig gut. Ein paar Dinkel. Mini-Bretzeln habe ich noch mitgenommen. Damit ich auch mal immer ein gutes Gefühl habe, wenn ich meiner Kleinen ein paar Brezel gebe. Also mal ein bisschen mit Dinkel. 1,25. Die lagen da einfach so. Deswegen dachte ich mir das selbst mal mit. Ihr wisst, ich bin da eigentlich nicht so... Hier ist das... Ach, da ist der ganze Dreck. Das kommt jetzt dann auch gleich raus. Ähm, nochmal solche Kitzelchen für die Hasen. Snacks. Das ist natürlich, das tue ich jetzt dann alles gleich raus. Ähm, dann sind das die Dupes. Die drei Dupes von ganz bekannten Parfümen. Aber fragt mich nicht welche. Aber auf jeden Fall ist das... Ich habe es gar nicht gerochen. Ich habe das nur gesehen, dass das Dupes sind. Und dann dachte ich mir, ich brauche sie. Oh, das riecht geil. Oh, das riecht gut. Das ist Pink Blossom. Von ganz teuren Parfüms. Die Dupes. Könnt ihr ja mal googeln. Das habe ich schon gehabt. Das riecht, glaube ich, auch gut. Oh ja. Das ist, glaube ich, von Alien, der Dup. Wenn mich jetzt nicht täuscht. Und das hier. Jetzt riecht es gleich ganz viel. Oh, das ist gut. Also am besten finde ich fast die zwei. Aber das ist auch gut. Aber das hatte ich schon. Deswegen ist es schon langweilig. 95 Cent kostet das pro Deo. Und es sind richtige Dupes, weil die Düfte echt identisch sind. Dann habe ich einen Packen... Das sind immer unsere Nachtwindeln. 5 Plus hole ich da. Genau, ich habe unser Windel-Abo jetzt auch mal beendet. Weil ich denke, irgendwann wird doch die jetzt Windel frei. Und wir haben noch Windel. Und nachts haben wir sowieso immer die von Babylove genommen. Wollen sie vielleicht doch nochmal Windel-Abo oder nicht? Ist halt schon praktisch. Das habe ich jetzt wieder gemerkt. Ja, die Windel-Aschlippe. Aber bis jetzt erst mal alles aufgebraucht ist. Riecht gut, oder nicht? Alles voller Parfüm. Alles voller Parfüm. Ja, es riecht, nicht nach Dio, sondern nach Parfüm. Auf jeden Fall 5,95. Aber in der App sind 20 Prozent immer. Also auch immer, wenn ihr bei DM oder Rossmann seid, immer die ganzen Coupons aktivieren. Damit man spart. Dann habe ich eigentlich eine vegane Bolognese mitgenommen. Das wäre jetzt halt für jetzt. Weil ich eigentlich Spaghetti Bolognese machen wollte. Aber dann mache ich das morgen. Mein Mann hat schon für die Bella gekocht. Nudeln mit Nuggets. Passt irgendwie gar nicht. Aber hat er gemacht? Habe ich auch gesagt. Passt du auch gesagt. Passt nicht, gell? Ja, ich habe gesagt, das ist aber eine komische Kombination. Ja, schon irgendwie. Und dann hat er gesagt, Hauptsache hast du was zum Essen. Ja, ich werde zu spät wieder, schau. Ich bin jetzt gerade erst heimgekommen. Also hat der Papa schon alles richtig gemacht. Auf jeden Fall vegane Bolognese 1,35 fand ich sehr interessant. Mega Tipp übrigens auch. Beim DM seht ihr immer am Preisschild. Das habe ich euch im Live auch gezeigt. Und auf Instagram habe ich euch das sogar auch noch gezeigt. Also auch auf Instagram könnt ihr ja immer rüberhüpfen. Ich sehe ihn eigentlich aus. Das fällt mir jetzt gerade auf. Dass beim DM man sieht, wann der Preis erhöht wurde und ist zum letzten Mal. Und dann könnt ihr halt echt bei vielen Sachen sehen, dass die nicht der Inflation, wie heißt es? Ja, es gibt so manche Sachen, da hat man einfach erhöht, weil jetzt alles teurer wird. So richtig, wo ich mir denke, hallo geht es noch? Und ganz viele Bioprodukte kosten einfach weniger, wie die normalen Produkte im Kaufland zum Beispiel. Oder im Supermarkt. Zum Beispiel, großes Beispiel Nudeln, 85 Cent Bio-Qualität und ganz normale Classic-Nudeln im Kaufland 99 Cent. Also das ist schon krass. Ja, deswegen lohnt sich das echt auch so was beim DM eigentlich mitzunehmen. Und dann kannst du ja gleichzeitig auch noch Payback-Punkte sammeln. Voll die Win-Win-Situation. Dann habe ich einen Apfel- und einen Bananentrauben-Ding in der App gehabt. Die waren jetzt einfach gratis, kosten normal 45 Cent. Waren früher auch mal günstiger, oder? Na egal. Auf jeden Fall habe ich die Glash mitgenommen. Traubenzucker, das ist jetzt auch für den Urlaub, nehme ich mit. Wenn es mal jemandem schlechter geht, oder, oder, oder. Traubenzucker ist immer sehr, sehr gut. 55 Cent Verpackung. Und auch hier, das kommt auch für den Urlaub für 55 Cent. Da sollte ich jetzt auch mal hier... Naja, ich lege das noch da hin und das probiere ich später. So. Hätten wir das hier. Oh, die Winkel sind überall lecker. Ich bin so mitten im Packfieber und... Das ist jetzt gar nicht so älter. Da müssen wir immer noch Zahnen zu packen. Habe ich jetzt... Ich fand schon an... Aber ich kann schon wieder anfangen. Aber das ist mir auch... Hat der... Hat der... Hat der... Hat der... Hat der... Hast du... Der Papa schon Klamotten gepackt? Ich schon, aber der Papa fehlt mir noch. Dann habe ich hier beim Action... Cool. Für jeden einen. Kommen auch mit dem Urlaub solche Bälle, ja. Splash-Bälle. Ich glaube 1,19. Wenn ich mich jetzt nicht tue. Ich weiß nicht, vielleicht finde ich ja später den Action-Kassettel. Ein paar Tücher, die kosten am... Beim Action sind sie am günstigsten. Für 67 Cent. Hört ihr? Meine Nase ist zu. Ich weiß nicht, was das jetzt soll. Das fand ich so süß. Schaut mal. Solche Mini-Brezel, wie ihr seht von... Ja, also vom Rewe. Voll cool. 99 Cent. Die sind so gefreut. Und das gibt es so... Ich bin so Mini-Brezel, schmecken immer gleich mal besser. Da kommt auch eine Packung direkt mit dem Urlaub. Und eine Packung... Bleibt zu Hause und für Snacks und so weiter. Wenn du am Strand bist. Und die Amelie, da muss ich ein bisschen aufpassen mit Ei. Und ich weiß ja im Urlaub nicht. Also da... Ägypten. Da steht nicht dran. Das ist mit Ei und das ist nicht mit Ei. Da wird das einfach im Buffet-Format hingestellt. Und deswegen muss ich da immer so ein bisschen gucken mit der Amelie. Und dann habe ich halt auch ein paar Snacks noch gerne mit dabei. Wo ich einfach am Pool mitnehmen kann. Ach, da schaut's. Da habe ich den krassen Dettel. Ähm, was wollte ich euch sagen? Von welcher was der Preis? Ah, von diesen Bällen. 1,29. Was habe ich gesagt? Was anderes. Dann habe ich hier noch den... Einen großen Ball mitgenommen. 1,19. Ich habe mit dem Mund gemacht, gell? Nicht, dass jemand denkt, ich habe hier gefurzt. Und der Schwimmreifen 1,29 Euro. Fand ich auch süß. Für die Luana. Also wir lernen hier auf jeden Fall schwimmen, aber so ein bisschen als Schwimmsilfe ist das glaube ich gar nicht mehr so schlecht. Und der ist von 6 bis 10 Jahre. Wie der Ball ab 3. Okay. Was ich mich voll gefreut habe, die kommen in die Tasche fürs Flugzeug. Die gleichen nochmal, die haben die lieb, die Dinger. Ja, genau, zum Beschäftigen eigentlich. Die haben das ja schon mal. Aber die sind ja schon voll, gell? Naja, das, ich weiß nicht, das mit dem Meer, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall. Da habe ich kurz mal angefangen, weil mir langweilig war. Ja, genau. Und jetzt haben wir es nochmal neu. Ja, du hast es angefangen, Baby. Ich bin kein Baby, es hat nur Spaß gemacht. Ja, hast du, habe ich das euch jetzt gezeigt? Nee. Aber das habe ich euch schon mal gezeigt. Das ist ganz cool. Die kosten 89 Cent. Ich habe mich mit der Bella unterhalten. Ich habe euch vergessen. Und gibt es, das ist geil, ich habe euch voll vergessen. Gibt es solche Sticker, die dann genau zum Beispiel hier drauf passen. Und das macht der Amelie. Seht ihr das? Und dann sucht man halt, was könnte das sein? Und dann sucht man das bei den Stickern. Und da hat die Amelie riesen, riesen Spaß. Macht mal mit ihr zusammen. Super Beschäftigung auf jeden Fall. Ein Brot kam noch mit beim Rewe für 1,59. Jetzt habe ich bestimmt noch die Knots hier. Ungarische Chips waren beim Rostmann im Angebot für 1,11 Euro. Das fand ich auch vorsichtig. Das kommt auch mit in Urlaub. Irgendwie gab es das beim Action für 1,99 Cent. Aber ich fand den Eimer so süß. Ja. Einfach einen Eimer und ein bisschen Schaufelchen und sowas. Eigentlich bin ich beim Action nur reingegangen zum Action, weil ich mir gedacht habe, so ein Falteimer wäre noch cool für den Urlaub. Aber da gab es den nicht mehr. Milch habe ich mitgenommen. Da müssen zwei Packungen. Ich hoffe, zwei Packungen. Das klingt ja eigentlich nicht mehr so viel Milch. Für den Urlaub zwei Packungen Milch. Für den Urlaub habe ich mitgenommen 5,95. Aber ich habe viel mehr mitgenommen, weil unser Vorrat an Milch ist auch gerade leer. 5,95 kostet da auf jeden Fall eine. Und die trinkt immer noch, weil da braucht ihr ganz oft, immer noch die Einsa und immer noch die Anfangsmilch. Wie schmeckt ihr? Meine Hebamme hat damals immer gesagt, brauche ich nicht wechseln. Und deswegen habe ich immer noch die Anfangsmilch. Kindermilch soll übrigens nicht so gesund sein, weil da schon wieder viel zu viele Sachen drin sind. Genau. Weil viele sagen ja, wieso bist du nicht bei Kindermilch? Die ist doch günstiger. Die ist günstiger. Aber da ist halt wieder viel mehr Zeug drin. So wurde mir das erzählt. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Und deswegen bin ich nach wie vor noch bei der Anfangsmilch und da haben wir die schmeckt auch. Sieben Stück habe ich insgesamt gekauft. Staple ich hier gerade. Oh Gott. So. Dann muss mal da halten. Oh, meine Nase. So. Jetzt kommt wieder ein riesen Rossmann-Dingsrums hier. Und habe ich solche Complete Clean Dinger geholt. Solche für Zahnseide nennt man das glaube ich auch. 1,29. Fand ich voll cool. Solche Pflaster. Da habe ich nochmal eine Packung, glaube ich, mit. Kommen auch mit in den Urlaub. Auch nur 1. Und die 49 Cent. Da dachte ich mir, warum kaufe ich die immer beim Action? Die sind genauso und sind wahrscheinlich sogar noch besser. Oh, dann habe ich ganz viel Sonnencreme. Ich glaube, an Sonnencreme habe ich leicht übertrieben. Ist egal, Mama. Die laufen ja nicht ab. Doch, die laufen ab. Da muss man echt immer aufpassen. Toll. Zweite 2026 ist das jetzt. Sonnencreme 50 für sensible Haut. Dachte ich mir vielleicht für die Amelie ganz gut. 4,49. Da war noch manche im Angebot. Aprici-Lotion. Auch das zum Beispiel ist beim DM günstiger. Beim DM kostet 1,29. Oder 1,19 sogar noch. Irgendwie auf jeden Fall günstiger. Und beim Rossmann 1,49. Also da musst du echt immer gucken. Das ist echt krass. Hätte ich jetzt so nie gedacht. Sonnenbrandsalbe fand ich auch voll interessant. Also ich denke, wir werden bei 37 Grad Sonnenschein bestimmt einen Sonnenbrand mal kriegen. Oh ja. Und fördert die Heilung, lindert den Schmerz. Ja, fand ich ganz cool. Hergestellt in Deutschland. Ja, ist sogar drei Jahre haltbar. Oh mein Gott. Nach Herstellung. Drei Jahre. So lange dauert es aber, glaube ich, gar nicht. Ja, aber fand ich ganz cool. Habe jetzt noch nie gehört, ob das was ist. Weiß ich jetzt auch nicht. Kohletabletten habe ich mitgenommen für 3,25. Ich weiß, wenn man in Ägypten ist, sollte man direkt von dort irgendwas holen, wenn man einen Durchfall hat. Aber ich habe mir gedacht, ich habe keinen Bock. Also es ist bei mir immer so. Ich habe lieber alles schon mit dabei. Und wenn was ist, habe ich dabei. Und wenn es nicht hilft, dann kann ich immer noch was holen gehen. Aber im ersten Moment will ich erst mal das dabei haben und nicht dann in jeden Laden oder zur Rezeption springen, wo ich das oder das herbekomme. Genau. Deswegen nehme ich das mit. Wer hat denn Durchfall? Ägypten ist so ein Land, wo man mal gerne Durchfall kennt. Und wir waren jetzt schon ein paar Mal, hatten nie Durchfall. Oh, durchfall. Ja, 59 Cent für Zahnpasta. Ja, also komisches Kommentieren da. Das ist aber üblich. Sand-O-Zahn. Ich glaube, das war für eins. Wo ist denn mein Rossmann? Das ist jetzt nämlich echt kompliziert. Hier ist 30 Schutz. Da habe ich mir dann immer merken können. So ein Öl, so ein Dingsbum. 50 Sandcreme. Hier, LS 30. 1,79. Ja, hat die nur gekostet. Ich dachte immer, nicht so hoch. Ansonsten habe ich für die Kinder 50 plus geholt. Da habe ich ja gesagt, ne, beides hat 200 Milliliter. Genau. Aber das wollte ich unbedingt mit dem Kartenspiel eben. Fand ich irgendwie cool. Ich bin halt voll das Opel bei sowas. Dann habe ich hier nochmal 50 plus für Erwachsene. Wobei wir das für die Kinder auch mitnehmen können. Aber das ist doch wahrscheinlich ein und dasselbe, oder? Ohne Duftstoffe. Aha. Kinder sind ohne Duftstoffe für empfindliche Haut. Und beim Erwachsenen sofort Schutz, wasserfest und 24 Stunden haltbar. Und bei den Kindern ist auch noch extra wasserfest. Ja. Das ist ja eigentlich schlauer, wenn du gleich extra für Kinder nimmst. Anstatt denen, oder? Was sagt ihr? Also. Naja, auf jeden Fall beides. 4,49 kostet. War beim Angebot. Ich glaube, sonst kostet es über 5 Euro. Apreschi Panthenol Spray. Soforthilfe. Also ich bin halt voll am Ding. Dann sprüht man so einen Föhn drauf. Und Bella, was machst du denn? Da sieht man dich. Ah! Die sieht man. Da ist, das spült man drauf und dann ist auf jeden Fall so eine Soforthilfe. So habe ich das gelesen. Ja. Ich habe das Gefühl, wir kriegen Sonnenflug. Ja. Ich vor allem auf meiner Nase sowieso. Wir sind keine Sonne gewohnt. Jetzt ist heute der, nee, gestern war ja auch schon Sonne und heute wieder Sonne. Aber. Ja, aber wir sind das halt einfach nicht gewohnt, so wirklich Sonne. Und deswegen denke ich, dass wir da auf jeden Fall gut bestückt sind und nochmal eine Sonnencreme. Also bitte, ich habe mich dann übertrieben. Aber eine Sonnencreme soll im Urlaub 20 Euro kosten. Deswegen natürlich lieber vorgesorgt. Dann habe ich hier noch solche Interdentbürsten. Die waren für 1,99 Euro im Angebot. Ja, kann ich ja auch mal mitnehmen. Dann habe ich wahrscheinlich genau aus dem Urlaub meine Tage. Deswegen habe ich mir, normalerweise liebe ich ja die Periodenunterwäsche. Aber das am Strand oder am Pool kommt das ein bisschen uncool mit meiner Periodenunterwäsche. Deswegen habe ich mir jetzt nochmal Tampons besorgt. Habe ich so ja fast gar keine mehr zu Hause, weil ich ja echt eigentlich nur Periodenunterwäsche nutze. Im Urlaub ein bisschen unpraktisch. Ich hoffe, ich kann das noch. Deswegen Tampon einmal für super und einmal normal. Das ist echt ein bisschen scheiße. Aber sowas kann ich ja nicht planen und deshalb kann ich ja nicht deinen ganzen Urlaub abzahlen. Und super plus noch, ne? Für die ganz Extremen. Ach so, was hat es gekostet? Ich glaube. Boah, ich weiß gar nicht. Warte, ich kann euch sagen, was die Tampons gekostet haben. Das ist nämlich schon sehr wichtig, ne? Tampon normale Sticks hier. Die haben normal, die normalen, die haben 2,19 Euro gekostet. Wartet, wartet. Die anderen. Fazelle. Tampons super haben, super plus, haben 1,19 gekostet. Und Tampons super 1,89. Da wisst ihr Bescheid, ne? So. Das hat 3,49 gekostet. Fand ich ganz cool. Da dachte ich mir, da kann ich richtig schön braun werden. Sonnensprayöl. Ja, wir haben dann definitiv übergegeben, wenn wir das hier alles mitnehmen. Äh, nochmal was für die Hase. So Löwenzahn-Zeug sind. Ein paar Zoo-Kekse. Die waren auch im Angebot für 89 Euro. Äh. Ah. 89 Cent, meine. Ja, ich bin auch so im Euro. Und da. Die schmecken so lecker. Darum musste ich die auch noch mitnehmen. Vielleicht so ein Snack für die Fahrt, ne? Wir müssen ja erstmal zum Flughafen. Da fahren wir auch 2 Stunden hin. Dann 2 Stunden muss man vorher da sein. Da braucht es ja auch irgendwo ein Snack. Äh, Pflaster-Strips nochmal für 49 Cent. Wenn sich jemand verletzt, auch die braucht man im Urlaub. Äh, nochmal für die Hasen solche Sticks. Also Naga-Sticks haben sie jetzt dann auch genug. Auf alle Mascaras waren 20% regulär kostet, glaube ich, die 2,49. Dann Mücken. Insektenschutz gegen Mücken und Zecken. Zuverlässiger Schutz gegen Mückenstiche und Zeckenbisse. Habe ich gleich zweimal mitgenommen. 1,79 hat da jeweils eine Dose gekostet. Äh, habe mir gedacht... Eine fühlt sich leichter, eine ist schwerer an. Äh, ich weiß nicht, wie die Mückenplage da ist. Und ich habe keinen Bock auf Mückenstiche. Deswegen... Irgendwas ist da schon offen. Das nervt mich ja. Irgendwas klebt da. Boah, sowas eh weg ist. Ähm, 79 Cent. Boah, das wird immer teurer, ne? Deswegen habe ich dann im Action nochmal für 67 Cent mitgenommen. Für Taschentücher. Aber ist da weniger drin, oder? Warte mal. Das wäre jetzt auch interessant. Und die 67 Cent sind 80 Stück drin. Ja, okay. Und 79 Cent sind 90 drin. Aber beide sind dreilagig. Wahrscheinlich mit 10 Prozent und bla bla bla. Aber wir haben das gleiche gekostet. Nochmal diese Dinger für 1,09 Euro. Zahnpasta 49 Cent. Die kostet 59 Cent. Nur lustigerweise. Die App 6 ist teurer wie die für ab 5. Aber auch das habe ich gleich mit den Mädels für den Urlaub. mitgenommen. Und dann habe ich noch mitgenommen Anti-Juckreiz-Spray. Hatte ich auch voll interessant. Hatten wir jetzt auch noch nie. Weil wenn mich irgendein Biest dann gestochen hat, dann brauche ich irgendwas dagegen. Und dann dachte ich, mir ist das doch ganz gut. Und wir haben noch dieses Stromding da. Ja, das Stromding. Weiß ich gerade nicht. Das ist da unten. Da in der Schublade. Das ist so gut. Aber Anti-Juckreiz ist doch auch gut. Ja, dann tut es vielleicht nicht so weh, wenn es das ist. Weil... 2,29 Euro. Und zu guter Letzt Müllbeutel für 59 Cent. Ah, nee. Nichts zu guter Letzt. Nur 50 Cent. Okay. Wir haben noch was. Und zwar Toilettenpapier für 4,49 Euro. Ja. Und mehr war es eigentlich gar nicht. Jetzt zählen wir mal zusammen. Die ganzen Kassenzettel hier. Das ist schon krass. Ich habe mir echt gedacht, also brutal. Brutal, was das alles mittlerweile kostet. Beim DM habe ich ausgegeben. 22,56 Euro. Beim Rossmann 93,40 Euro. Beim Rewe 9,77 Euro. Und beim Action 7,21 Euro. Also wenn man das jetzt hier mal groß überschlägt. 120, 130, 140 Euro. Gut, ich habe am Anfang übertrieben mit meinen 200. Aber 140 Euro. Und irgendwie... Ja, also gut, es ist schon was da. Aber jetzt auch nicht so brutal, oder? Brutal. Ja, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Anschauen auf Instagram. Da haben mir schon ganz viele geschrieben. Lisa, du machst aber ein Haul. Wir wollen ein Haul. Wir wollen ein Haul. Den mir kommt ihr natürlich. Über den Daumen rum würde ich mich riesig freuen. Über ein kostenloses Abo natürlich auch. Das kannst du hier unten direkt. Am besten noch die Glocke aktivieren. So verpasst du keine Videos mehr. Hüpfst sehr gerne auf Instagram rüber. Da heiße ich Lisa Schnapper. Da könnt ihr mich verfolgen. Was immer so bei uns passiert. Da seht ihr alles live, was in dem Moment gerade passiert. Würde mich riesig freuen, ihr Lieben. Und dann danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Ciao, bis bald.